Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Nicht für mich über Minecraft, aber wer sich noch erinnern kann, das hat natürlich jetzt sogar schon eine Info-Karte. Das ist in Streetland. Also das ist ja nicht für Minecraft. Und ich hoffe, ich muss erst noch ein paar Sachen fahren. Ich hoffe, dass wir endlich demnächst in Möder kommen. Ich hab immer in meinem Aufbau nicht gedacht. Ich auch. Und... Ja. Die Flores gibt es dann später auch noch. So. Da werde ich auch eine Möder-Uhr-Kotsel machen. Die sind so groß und weiß. Und auch dafür einen Möder-Uhr-Bahn. Und eine Diamant-Uhr-Bahn. Sorry für unsere Frischung. Ich muss das ganz schön mal wieder hoch. Hebo! Ey, ich hab ihn jetzt so lange nicht mehr spiel. Ich weiß gar nicht mehr. Aber hier war das Spiel weg am Ende. Dass ich mich noch erinnern kann. Schau da schon in die Instagram-Karte. Was ich am Anfang verlinkt habe. Das ist gut. Nein. Ich habe mich noch nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr so. Wie ist das, wenn ich noch? Ich habe mich noch nicht mehr so. Ich habe mich noch nicht mehr so. Ich habe dich und ich mich noch nicht mehr so. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 3. 2. 4. 5. 6. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 15. 15. 16. 15. 15. Ich sehe da ein Sprüster nach. Das ist ein Wiener. Ah, das ist ein Wiener. Meine ganzen Fäden sind echt nicht genug. Ich kann noch nicht essen. Ich bin auch nicht tot. Ich bin auch nicht tot. Ich meine, ähm, verbogen. Alles, was Baby kommt hier. Alter. Den kommt noch nicht auf. Oh. Weißt du, was ich hätte oben machen sollen? Ich hätte jetzt eigentlich oben ein bisschen Fakulocken sollen. Ja. Ja, okay. Ich will jetzt noch nicht, ähm, so, in meinem Büro eingehen, dass ich jetzt gleich noch schnell hinbekomme. Ich muss in die Sache gehen. Und jetzt mal schauen. Und jetzt mal schauen. Okay. Wahrscheinlich ist es schon, einfach mal ein bisschen rum zu graben. Ähm, 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 um die Mannschaften zu finden. Hä? Ach so, die. Muss ich ein bisschen eindeutig, ähm, ähm, ausleuchten, dass man es auch sieht. Die Nacht ist. Kann ich jetzt mal schlafen. Ich brauche ganz schnell zu checken, ob ich trage die Nacht ist. Und ich fülle lassen. Das ist das wichtigste. Das ist die Kreuzachse. Ey, lass uns hier. Ich bin richtig da. Ich muss jetzt kackeln. Ich wäre jetzt so wenig gewesen mit denen ich gleich noch weitergekommen bin. Weil ich hier... Ach, stimmt hier. Okay, ich muss jetzt öffnen. Schau auf, weil ich nicht öffne. Das ist komisch. Warum ist es für einen? Warum ist hier noch ein Doofbewohner will ich ja? Warum ist hier noch ein Doofbewohner will ich ja? Ja, jetzt weiß. Das Kohle brauche ich. Das ist jetzt noch ein Doofbewohner. Ich bin übrigens die Frage, wahrscheinlich weil ich jetzt halt alles mit Steine habe. Ich will jetzt lieber das Eisnis nicht an Verbraten. Ich schaue, dass wir uns aufhören, dass wir im Zweikampf jetzt zufrieden sind. Wenn jetzt eine Ader ist, ne? So, ist es eine Ader. Ja. Da guck ich mal da. Ader. Ader. So. Ich glaube, ich habe keine Naute volle von Kohle. Ich glaube, wir tun auch eine Ader. Einfach 31 Kohle. Ich habe ja einen kleinen Toren. Ich bin ja auch in der Nähe des Zettel. Das ist ein kleiner Tore. Da ist ein kleiner Tore. Da ist auch noch was. Ader. Ich bin wieder aufgebaut. Das ist ein kleiner Tore. Wie sieht die Tore aus? Na, ich habe noch eine Tore. Ich habe auch noch etwas. 45 Kronen Bei der Feuerstein habe ich halt irgendeinen anderen Das baue ich jetzt nicht ab Jetzt baue ich noch alles ab Versuche ich jetzt auch nicht zu fahren Aber ich glaube ich baue das eigene Tettich ab Was ist das? Hochstein Oh lol Ok, hier kann ich mein netter Portal bauen Nice Ich bin die Einergarde Eier 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 So, schau dich das an Eier 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 Absolut In Eier Eier Stränge Doch, ich kann schon irgendwie... Irgendwann geht hier raus. Wo kommt man selbst hin? Und halt... LOL! Was kommt da raus? Warten kann... Kiefer schiefer. Ah... Für Gesundheit. Was? Was ist hier? Bist du schon mal so raus? Ah doch! Was ist die Meister? Da wollen wir noch mal auf den Schuh machen. Ich kann schon mal auf den Schuh machen. Und jetzt mal noch mal die Schuh machen oder die Schuh machen. Da war die Schuh machen. Du spät nicht, die Schuh machen. Du spät nicht, die Schuh machen! Ich habe mich zu machen... ... und noch mal die Schuh machen. Habe ich gerade zwei Hosen gemacht? Okay, da habe ich dafür eine Ersatzgrüße. Was das wichtig ist, etwas Gesseln vorherstellen. Und ein Eimer. Und Gold. Und Ersatzessen. Und Ersatzessen. Und Ersatzessen. Bitte auch. Und was brauche ich noch? Ein Eimer. Kann mich so lassen. Das reicht für alles. So, erstmal eine Rüstung und ein Schritt. Nein! Und ich schaue noch Wasser an. Und hier war ja eine Rüstung, oder? Ja. So. 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 Es war so sehr, sehr gut. Nein, ich bin in der Krille. Oh, ich glaube es. Wow. Nein! Hilfe! Feuerwehr! Ich darf es suchen. Okay, wie mache ich das jetzt am schlimmsten? Mir wäre es eigentlich sehr schlimm. Ich habe das kleine Schnellbein. Ich habe das kleine Schnellbein. Ich habe das kleine Schnellbein. Das ist eine kleine Schnellbein. Ich habe das kleine Schnellbein. Und... Hallo? Dann kommt es hier noch. Und hier noch. Und dann mache ich vielleicht noch... Hier. Das dauert wahrscheinlich schon so viel zu lang. Dich... Wie vel? Doe ich jetzt ein bisschen? Und was? Ich blende dich nicht durch die Idee, dann muss ich hier gerade noch immer langsamer machen. Aber wenig mache ich dafür keinen Fehler. Jetzt habe ich hier immer so viel mehr. Ich nehme doch über den Wasseralmer mit. Also Nieder ist normalerweise immer im schlechten Video. Ich brauche Wasser. Ein bisschen mehr damit feiern? Ne. Das wäre es jetzt eher einfach worden. Ja. 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 Den haben wir auch keinen Bock. Man kann es nicht mit Schildern abwehren. Wie kacke ist das denn? Wo sind die Pupslins? Da ist ein Pupslins. Das 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 ist ein Pupslins. Ein Pupslins. Mmmm. Ich hab da hinten drauf. Ich hatte keinen Sattel drauf. ich dachte ich wäre auf den drauf so sieht jemand aus der richtig dumm ist jetzt kommt noch Hier ist ein Diener Park. Das war ein einzelnes Gold, das ist zu lang im Rollen. Es ist zum Rollen hier. Ein beschissener Nellersporn, den ich tausendmal verbaut habe. Ah! Ich geh jetzt nicht! Essen. Essen. Essen! Ah. Okay. Ein Eisju على das. Hier habe ich mal so eine... Einfach ein Achievement, da kunst ja alle die ohne. Aber das bezählt nicht mehr, ich habe es nicht mehr gefunden. Und solche brauche ich jetzt natürlich. Ich habe nicht mal eine Elita, ich kann nicht spielen. Früher waren die One Hits. Das hat sie nur aus Minecraft. Na chillt doch mal. Ich bin kurz vor dem sterben. Habe ich jetzt ein Endermen zu angeguckt? Das ist ein Endermen, ich muss nicht hochräumen. Ich glaube, ich bringe jetzt gleich eine zerplatze Schildkote. Wie viel Schaden machen die? Das ist nicht besiegbar, aber die sind zu krass, diese Teile. Aber nicht zu krass für mich. Ich habe das ein Muster. Das ist ein Muster. Das ist ein Muster. Ich habe es keine Worte zu tun. Ich möchte nicht sein. Was ist hier? Nein, ich bin so dum. Nein! Die Kleinen sind zu krass für mich echt. Ich möchte doch einfach den Minecraft durchspielen. Warum muss ich bei solchen Spots landen, wo man einfach null Minecraft durchspielen kann? Ich weiß immer wo ich bin nicht. Ich hab, ich mach mir Zeit mit so einem Minecraft. Ich kann jetzt so zum Goldwaren machen. Okay, normalerweise sah es so aus, aber es hat sich mehr als gelohnt. Ich bin dran für mich heute. Ich bin dran für mich heute. Ich bin dran für mich. Oh, zu benutzen? Ich bin dran für mich heute. Und mit dieser Pille jetzt werde ich auch nicht überleben. Ich suche jetzt einfach die ersten Ohren. Ich halte die nicht in der Kabel an. Ich halte die jetzt aus. Und ich weiß nicht, wie sie es machen muss. Ich hab's gut gesehen in den Kommentaren. Ich glaub, ich brauch das auch für die Video recht. Es macht Bock einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, dass wir jetzt noch ein Video hochladen. Und die macht so komische Geräusche. Was ist mit dem Fall? Hier ist Lava. Hier ist Lava. Jetzt kommt noch ein komisches Geräusch. Als ob die so ein Müller direkt vor uns sind. Die kommen jetzt wie verrückt. Ich muss hier aufpassen. Hier muss ich aufpassen. Ich muss überall aufpassen. Hier kann ich nicht sagen. Endstation. Hier ist das wie ein Skyblock. Oder im Bett oder irgendwas da rüber. Was war da? Ich hab da Hoffnung geworgen. Hat die das auch gehört? Hoffnung. Das war's für heute. Ich hoffe mir doch mal was Nützliches. Es gibt nur Items, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe einen Schwarzstamm. Schwarzstamm. Pfeile. Papier, Möbel. Kross. Alter! Exzidieren. Das war alles so netter. Kannst du mir zufällig sagen, wo Dings ist? Eine nette Festung. Sehr nett. Was ist das? Alter! Ja. Hallo, ich brauche Enderperlen und eine Festung. Oh, Dreck bläst. Oh, Dreck bläst. Bei denen fährt sich noch was hoch. Da gibt mir Müll. Schwierig. Was soll ich denn mit rein anfangen? Ich war doch näher. Was hat mir denn jetzt gebraucht? Was? Was? Alter. Was? 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 Oh mein Gott. Was? Und so viel Gold bei den Offenbrüben. Da hat ein bisschen Müll gekauft. Ups. Leider Backen. Was? Oh mein Gott. So viel Gold. Ich bin so ein bisschen schrot. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich vegan. Was war das? Es war nichts Gescheites. Ich bin nichts Gescheites. Und nicht nur Fläder. Komm, mehr Änderperlen. Ich will kein Leder. Ich will kein Leder. Der hat die gedroppt, oha. Ja, das war auch warm. Oh, die ist danke. Wieder hauen sie, auch kein Buch mehr. Kann sein, dass sie einfach eine Bündung oder sowas, als ich es nicht finde. Ja, ich bin schon mal da. Ich bin schon mal da. Ja, hier bin ich jetzt rausgekommen. Ich bin schon mal da. 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.